Und damit herzlich willkommen zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Wir gehen hier nochmal runter schnell und gönnen uns die Energiezelle. Ich glaube, da kriegen wir sogar ein Upgrade. Das müsste hier im Wasser sein einfach. Ah, nach unten, okay. Warte, hüppsala. Aua, natürlich. Energie. Und dann nach oben schnell. Nein, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Weil uns dieser verkackte Fisch angefasst hat. Und ich hasse diese Stelle hier unten, ihr wisst es. Ich hasse diese Stelle hier unten. Mit diesen blöden Vogelfliegfischern und Dingsbumsen. Weg hier. Weg hier. Ja, danke. Ich war in der Animation. Hallo. Fairness bitte. So. Geschieht dir recht. Okay, hier ist auch noch ein Secret. Da ist auch noch eine Energiezelle. Alter. So. Gut, dann haben wir das schon mal. Der Weg rauf ist natürlich etwas länger als der Weg runter. Ich glaube, wir sind aber schon da, oder? Ja, okay. Ich würde noch ganz kurz mal mit dem Moki hier reden. Mal ganz kurz. Ja, okay. Der sagt immer, dass er elbe wird. So. Ich speichere natürlich direkt, weil ich möchte nicht, ich möchte ungern nochmal da runter. Und wir. Alter. Ich dachte schon, das Spielstürz ab. Den haben wir auch schon geredet, ne? Ja. Mit dem haben wir auch schon geredet. Was war denn hier? Ach, hier kann man zu dem Ding. Ja, ja. Ich erinnere mich. Okay. Wir müssen. Hier geht es in die Eisregion. Genau, da können wir noch nicht weiter. Wir müssen genau hier entlang. Da ist noch ein Punkt. Wir könnten kurz. Oh, ja, komm, wir sind kurz beim Dorf. Wir könnten für die 3000 Punkte, die wir haben. Mal was ausgeben. Das war so eine Karte, hätte ich gerne. Dafür müssen wir leider wieder hier ins Wasser. Oh, die Dinger sind immer da. So, Lupo. Hallo? Hier rein. Lupo, hey. So. Sollten wir nicht für ihn noch was... Ah, nice. Ah, scheiße. Wir sollten. Planen. Planen. Große Planänderung. Große Planänderung. Und zwar, wir gehen erst mal zu Grom. Hast du noch irgendwas? Kann ich irgendwas bei dir bahnen? Nein, kann ich nicht. Räume den Höhleneingang. Und das würde ich gerne als nächstes machen. Okay. Oh, vor. Was hast du noch für mich? Hast du irgendwas? Ja, okay. Ich könnte mir hier diese Dinger kaufen. Fähigkeit verbessern. Ja, lass mal. Ja, lass mal. Ali Tata. Fähigkeit verbessern. Fähigkeit verbessern. Eigentlich nur die Belastbarkeit, ne? Das wäre sehr geil. Das machen wir, glaube ich. Komm. Ich würde gerne Verbesserungen natürlich machen. So, das müsste der 800er hier sein. Genau. Genau. Okay, kann man machen. Lass ich das machen. So. 30% weniger Schaden. Das ist sehr schön. Cool, wir haben nur noch 7 Schaden. Runter. Runter. Wir müssen sie runter, ne? Ich gehe hier gerade irgendwo hin, wo ich... Ah, nicht ganz richtig. Nicht ganz richtig. Ah, hier war ich. Wir haben es schon. Aber... Wie soll es denn das Ding? Auf in den stillen Wald. Hey, Quorlock. Bist du noch hier? Quorlock. Hallöchen. Willkommen zurück. Die Moku erzählten wir, du hast das klare Wasser dazu gebracht, erneut zu fließen. Der Gestank, der einst über dem Brunnenquell schwebte, ist fort. Unsere Sumpflammste steht in deiner Schuld. Der Weg aus Sicht des stillen Waldes ist nun offen. Doch gibt es so schön. Doch lebt sie, die von den Moki schrieb, genannt wird. Ihr Herz ist zu Stein erstarrt. Ich bete, dass du deinen Freunden findest, bevor sie es tut. Ich konnte leider einen Satz leider nicht so lesen. Ah, Kuh. Ja, hoffentlich treffen wir sie. Familien treffen. Ah, ja, da müssen wir auch hin. Das geht ja noch. Also, alter, die Karte, ne? Da oben kommt noch ein Riesengebiet. Da unten kommt noch ein Riesengebiet, glaube ich. Ja, da ist auf jeden Fall noch... Alter. Also, die Karte ist auf jeden Fall schon echt viel größer, ey. Oh. So, wir können auch hier runter schnell. Tschüss. Aua. Und ein Gahne geht's. Schön. Au. Hier unten ist aber sonst... Ah, doch, da ist noch was. Das holen wir auch gleich. Nur ein bisschen Wasserluft... Äh, Luft holen. So. Nochmal Luft schnappen. Und... Nein. Jetzt. Hier. So. So. Damit auch Luft schnappen. Hier sind Secrets. Das hat man schon gesehen. Aber wie kommt ich jetzt da hoch? Ah, so. 200. Schöne Sache. Schöne Sache. Tschüss, Kurolog. Ich gehe in den Wald. Hey. Die Mühle ist wieder in Betrieb. Das Wasser fließt sauber. Quietschen die Mühle. Rauschendes Wasser. Jetzt können wir fischen. Jetzt können wir schwimmen. Ja. Ihr dürft das alles. Und ich darf hier rein. Ins Wasser. Toll. Ich dachte, da unten mein Secret. Luft. Hier ist aber nichts. Wöppelappelappel. Wöppelappelappel. Erstmal hier rum. Ach, nö. Dafür brauchen wir so einen Schuss. Komm mal auf, bitte. Luft. Okay, warte mal. Wo? Ah, da oben ist ein Secret. Mist. Tschüss. Warte, erst mal Luft. Au. Äh. Äh. So schön da hinkommen. Ich bin mal tot. Erstmal heilen. So. Hilfe. Ach du Scheiße. Vorsicht, Ori. Dieser Wald ist uns nicht wohlgesinnt. Er gehört jetzt ihr. Danke, Sane. Ich weiß, das ist nicht Sane, aber ich nenne ihn trotzdem Sane. Stille Wälder. Alter, guck mal hier. Shit. Alter, das ist so steil. Ach so, okay, ich verstehe. Ah ja. Oh, nein. Alter. Run it. Okay, das Wasser tötet instant. Das ist alles nur, weil ich hier dachte, ein Secret gesehen zu haben. Spawn. Die Musik, Alter, ne? Hey. Mit dem Key zu sprechen. Okay. Oh, Lüchtträger. Als die Bäume, die ich am meisten brauche, da warst du weg. Sieh doch nur. Mein Garten ist praktisch tot. Kalter Stein. Rauer Staub. Nur ein Baum hat nur aus. Ah. Selbst sie ist nicht unversehrt. Verlasse diesen Sterbenden auch die A. wie es deinesgleichen bereits getan hat. Es sei denn, du kannst meine letzte Tochter heilen. Trage ihren vergifteten Astlichtträger. Finde einen Naturheiler. Mach wieder gut, was deinesgleichen falsch gemacht hat. Toter Ast. Die Baumwäsche. Oh, das ist ne, das ist ne Lady. Oh. Ähm, sorry. Ich hab ne Männerstimme gemacht. Sorry. Ah. Ein Naturheiler. Wer ist denn ein Naturheiler? Ach, hier ist das Haus. By the way. Leben die noch? Ähm. Ich kann nicht E drücken, weil auf E mein Bogen liegt. Es geht nicht. Wow. Was ist das denn? Ja, ganz auf den Bogen lassen. Toll, jetzt hab ich die. Alter. Was ist denn das? Warum geht das denn nicht? Hä? Ja klar, in der Luft. Alles klar. Ja. Ja. Natürlich. Was war das denn? Ja, hab ich mir schon gedacht, dass die tot sind. Oh, Alter. Komm, was ist die Kante noch? Komm nach wenigstens. Oh nein. Diese Moki waren zu lange dem Verfall ausgesetzt. Sie wurden zu Stein verwandelt. Hier auch der Rest des Waldes. Ja. Musik passt auf jeden Fall. Versteinerte Puppe. Und da sind sie. Die letzte Familie. Aber sie waren zusammen. Immerhin das. Ach, komm raus. Ach ja. Ja. Hier können wir nur ein Schind. Schade. Kann ich schon hier hoch, oder? Geht das nicht? Nee. Okay. Gerade noch gezählt irgendwie. Wieso macht man's? Okay, wir haben einen toten Ast. Und hier können wir speichern. Perfekt. Ja, trauriges Schicksal für die Moki. Natürlich Musik, ne. Die ist aber auch wirklich geil, ne. Da. Das ist egal. Cool, warte mal, oh oh, cool, alter, Das ist schon, alter, Cold, da liegt sogar noch ein Ei, ein versteinertes. Das wird definitiv ein Thumbmaid und ich mache ein Screenshot davon. ah scheiße arme kuh wir hören sie sogar da wir hören sie es war so klar es war so klar versteckt es war zeit heimzukehren was ich will nicht zurück hallo ich muss doch muten ich muss doch die ganzen dicke sammeln und fähigkeit und ich will nicht habe ich schön sie kommt auch nach oben so schön es sind so schöne bilder ich mache davon auch noch so also das haben wir definitiv die zwei also entweder er im hintergrund oder die zwei toten haben sind beides sehr krasse bilder aber es ärgert mich gerade dass ich nicht ein bild von dem von ihm gemacht habe ein bisschen kann sie quasi kann aber gelernt guck mal ist das you kid okay das klappt schon mal guck nur wo wir hier sind Ach krass Okay Das ist Nice Kann ich damit Cool Du bist voll krass Cool Okay Ich muss leben Okay Da ist noch was Da ist noch ein Dingsfuß Oh nein Cool sorry Oh Gott Wie komme ich denn da hin Ich muss noch niemals hin Okay Cool Cool Beschadig Oh Toll Kann ich denn irgendwie von ihm Von ihr absteigen Was Was Und sie haben trotzdem Hey Ein Garlick Wunderschön Aber ich kann nicht von ihr absteigen Oder so Das heißt wir werden nicht immer mit Kuh unterwegs sein Das ist krass dass man hier immer so eine Dinger finden kann Oh was ist er denn Hey Kuh Du strahlst Hellgeist Du hörst die Stille Nicht mit der anderen Stille für den Unsinn Sie hört Sie sieht Und du Ja Du bist leicht zu sehen Wir halten uns an die Stille Jene die es nicht tun Sie werden nie verschwinden Nein Alter Ah okay Das weiß ich schon wie ich das machen muss Yes Genau so Okay Nein 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 Oh der konnte nicht mehr fliegen Schade Egal Aber das Ding ist ja auch Was sieht so aus Ach Oh Kuh kann trotzdem ein bisschen fliegen Also Kann ja schon ein bisschen was Sie hütet die Stille Was ist denn hier So zieht Ah ja Also wir müssen leise sein Würde ich mal sagen Das heißt wir dürfen diese Glocke nicht berühren Schade Schade Was soll ich hier nichts Was soll ich hier Levend arrows ist nix mehr ein bisschen nervig dass das irgendwie auf der gleichen taste liegt ich habe leider elf ist ja auch schon belegt ja hier können wir doch flügel schlag das ist ja können wir jetzt so nicht ah doch warte so boah alter dieser schädel hier ne krass ich würde gern von dir absteigen können aber du schaffst du freigeschaltet fundbüro kann ich denn von dir absteigen über die option steuerung ich kann nicht nach unten scrollen ach so der macht das fähigkeiten gerad der log interagieren festhalten reifen interagieren das müsste eigentlich auf der enter geht aber okay und x okay okay ja alles gut aber ich kann nicht von dir absteigen aber ich kann auch nicht hier hoch das muss ich ja hier irgendwas machen oh gott ok den brauchen wir wahrscheinlich ah nicht unbedingt ah doch mist hier brauchen wir ihn spawnt der neu ja tu der ähm nice ich bin hier 3k da geht's rein ah warte flügel schlag ah jetzt weiß ich auch warum diese feuerkohlen da unten sind bei dem dorf aua 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 sorry die kann ich nichts mit anfangen ok ah und stille wurde gewahrt ok krass juhu noch ein bisschen heilung kann ich mal nach oben gucken bitte ich kann nicht nach oben gucken ok ok wauw wauw schon schwer boah oh gott ach das schon wieder das ist Da liegen drei, vier, fünf, sechs, sieben Eier. Toll. Bin ich da drauf? Toll. Aber ich kann hier auf den Flügel. Okay. Nein. Ach komm, ernsthaft. Ich stelle mich aber auch blöd an, ne? Naja, ich beende mal hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ich lasse noch ein bisschen die Musik hier einwirken. Doch. Bis zur nächsten Folge. Ciao.